Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims 4 Insel Spaß mit Vito Valkyria, Brianna, Charney, Jamie, Libby und Tommy So, falls sich jemand wundert, der den letzten Part nicht gesehen hat, was hier passiert ist Das ist das neue Zimmer von Brianna, das habe ich nicht selbst entworfen sondern das war unsere liebe Zuschauerin Cat Weasel oder wie sie hier in der Galerie hieß Ronja, Ronja Räubertochter, nee das willst du wahrscheinlich gar nicht hören, hast du schon tausendmal gehört Nehme ich sofort wieder zurück, hier steht es irgendwo drunter, genau die Ronja 86814, genau Von daher haben wir dieses schöne Zimmer, sie hat auch noch Zimmer für Charney und Jamie erstellt Wo momentan aber leider das Geld zu knapp ist Ich finde das Zimmer sieht einfach Bombe aus, die Valkyria hat es ja auch schon gesehen und sagt auch Geiles Zimmer, krass, finde ich richtig geil Also mir gefällt es auch echt besser als das, was ich vorher gebaut habe Ja, aber ich finde es gar nicht mal so schlecht, wenn man so ein bisschen dann die Zuschauer mit einbinden kann Ja, und Vito ist halt hier immer noch schön am Bowling spielen und muss gleich mal anfangen zu schlafen Muss der Heint, der muss heute noch zur Arbeit oder? Ne, der hat heute einen freien Tag Okay, perfekt Ähm, ja und Valkyria hat jetzt ein komplettes Buch geschrieben, dann gehe ich immer kurz dahin Ähm So, jetzt können sie das Buch veröffentlichen Muss dazu zum Briefkasten gehen, ja So, was möchte sie machen? Sie möchte schon wieder nackt baden? Ne, sie möchte ein Nickerchen im Pool machen, finde ich nicht ganz so gut Ich würde einfach sagen, sie soll hier das Buch anein Ja 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 Hier haben wir die Bücher Veröffentlichen Ach du Scheiß Eine Rechnung von 58.000 Simoleons Wie soll ich das denn machen? Krass Hätte ich nicht gedacht Heftig Weiß auch nicht, ich habe gerade noch mal ein schön neues Zimmer gekauft Und noch mal ordentlich Geld ausgegeben Ähm, ich glaube Valkyrie muss gleich noch mal hier Ähm Anfangen Zu Arbeiten Ähm Genau, wir werden es Die Bücher veröffentlichen Vielleicht, sie kann ja auch malen, ne Können unsere Kinder malen Vielleicht auch Gibt es gerade im Moment nicht Ähm So, Jamie, du stehst nochmal auf Vermisst dein Freund Kannst du selbst Jenny bahnen? Ne, kannst du nicht, ne Okay Jamie, du weißt was Dann spielen wir hier nochmal Und üben nochmal die Fähigkeiten Ähm Du möchtest das Video nicht zuhören Sondern du arbeitest jetzt ein bisschen was an deiner Fantasierfähigkeit Sie ist ein Weltstar, das ist halt so Sie ist ein richtiger Weltstar Aber jetzt kommen die Paparazzis, die sich genauso anziehen wie die Valkyrie selbst So, ich muss mal kurz hier reingucken, wenn wir jetzt 5 Punkte geschenkt bekommen haben, krass Was haben wir denn hier In gesicherten Verhältnissen Schneller Karrierefortschritte, höhere Bezahlung und positive Arbeitstage Arbeit ist für Valkyrie, ein Synonym für Freude Ihr Chef hat die Bezahlung verdoppelt und belohnt die kleinste Anstrengung Bei all diesen Bevorteilen ist es schwer den Arbeitstag und schlechte Laune zu beenden Nach Feierabend kehrt Valkyrie gut geladen nach Hause gedrückt und freut sich darüber, was sie für einen fantastischen Tag hatte Dann brauchen wir erstmal Karrierehopper Okay Finde ich gut, und dann machen wir gleich das mit, ne? So, was haben sie hier? Wenn Valkyrie einen guten Ruf besitzt, nehmen andere Sims ihre Ratschläge an Sie kann jetzt Motivationsreden über die Geheimnisse des Erfolges halten Sims, die sich in der Nähe versammeln und zuhören, bauen über eine gewisse Zeit schneller Fähigkeiten auf Ein paar Stunden lang mehr, haha, okay Sonderbehandlung Die gigantischen Rufen und makellosen Rufen von Valkyrie haben dazu geführt, dass andere Sims sich gegenseitig umrennen und ihre Bedürfnisse ihre Geraderteilung zu erfüllen Kostenlose Dienstleistung, Speisen, Getränke, Massage und Auslöskräfte Wenn Valkyrie einen Shopplatz besucht, werfen Sims mit Konfetti, um ihre Ankunft zu feiern Krass Anhängerschaft Lifestyle-Marke Das finde ich cool Muss ich das, das, das Rumpunkte, äh, also können wir für die verschiedenen Rumpunkte Rumpunk, Rumpvorteile Für die verschiedenen Rumpunk, Rumpvorteile Ist jeweils ein anderes Problem, wie du, haha Okay Naja, ich meine, so viel arbeiten tun wir ja nicht mehr, ne So, warte mal, sie kriegt das Einflussnehmer, ja klar Nachtschicht Valkyrie kann jetzt eine Nachtschicht einlegen, wenn sie müde ist, um einen massiven Energiefschub zu erhalten, und stundenlang ohne Schlaf rauszukommen Das ist praktisch für die 25 Jahre Wurteile des Extrems, die Valkyrie jetzt in der Video-Station oder Drohnen posten kann Okay Als Vorreiter befolgt, weil Kyrie keine Trends, sondern Setzt sie selbst Daher wird jedes Studio, dass sie über die Video-Station hochlägt als Training-Partrag, sodass sie ihr mehr Geld einbringt Okay Das ist cool Mach ich mal so So Also hier diverse Post Von einem echt bla Fan-Post, Fan-Fan-Fan-Post Eine Promi-Vliese Okay Haben aber Kyrie muss jetzt schlafen Also ich kann auch ein Nickerchen machen, finde ich auch nicht schlecht Ich mach die Video gerade auch, ne So, Jamie arbeitet gut da dran Oh, wie geht das denn ein Nickerchen machen, finde ich nicht schlecht Ich habe ein Vito Wenn Vito einmal nochmal kurz aufsteht, um Jamie zu baden, wäre das perfekt Ja, perfekt Warte mal bevor ich das nochmal kurz aufsteht Warte mal, bevor ich das nochmal kurz aufsteht wo du ein Nickerchen machst, gieß mal schnell auf die Toilette und schließ halt mal kurz richtig. weißt du was, du gehst duschen, du gehst auch duschen. wofür hab ich denn das hier alles? und die Toilette hat sich weggelassen, na gut. lol oh man ja diesmal funktionierts einwandfrei perfekt nein danke gerade nicht okay ich lasse mal Q noch bis 6 schlafen dann darf ich einmal kurz wieder aufstehen aber die sind schon auf dem Weg das ist perfekt ich glaube ich habe dieses Haus wirklich zu riesig gebaut ich glaube zwei Etagen hätte er auch gereiht hier hinten halt irgendwie die Zimmer und so gebaut ist mir glaube ich besser gewesen oh man ey ich habe es voll übertrieben ich habe auch schon wieder hier akutes Energieversagen aber diesmal nicht so jetzt darf sie aufstehen und auf die verdammte Toilette gehen was sind Probleme mit der Toilette kommst du da nicht hin oder so also hier mal kurz Gartenarbeit machen von der Wegfindung her das dauert alles so unglaublich lange das ist heftig nein kein Wutanfall bekommen pack das mal weg geh mal hier hin oder lauf mal hier hin brauchst du nicht so lange Vito und du machst jetzt gerade mal nix du gibst Jamie einmal essen also gibt Käsekräcker zum Abendessen ja jetzt kannst du auch runter gehen vom Ding her kannst du jetzt Abendessen machen immer mal immer mal immer mal Fleischbällchen scheiße ich glaube die Birnenbäume sind Schrott ich glaube die Birnenbäume sind Schrott Untertitelung des ZDF, 2020 Das tun möchte ich nicht. Das ist doch einfacher. Okay, das war Buggy. Okay. Ich muss ja auch irgendwas gießen oder so. Okay. 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 Wenn ich tatsächlich nichts gießen, finde ich erstaunlich. Das ist kein süßes Popcorn. Das ist hier yum-yum. So, was macht sie denn gerade? Ja, sie geht jetzt ins Bett, vollkommen verständlich. Wie lange hat man nochmal Zeit, eine Rechnung zu bezahlen? Ich glaube drei Tage oder so, ne? Ja. 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 Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Leistermarke von Valkyria starten. Zielgruppe wählen. Millennials, Massenmarkt, Familie mit Kindern. Familie mit Kindern. So, unser Logo ist das da. Und es sind Vitamine, Zusatzstoffe und Co. Ähm. Family. Wellness. So, was geht? Können sie jetzt machen? Äh, mit Leistermangel zieht sie zu Umsatz, den täglichen Haushalt. Gut, ich finde, wir werden Marken, die da nie verwendet werden. Automonen werden, äh, die Marken zum Mitteln, neuen Design. Äh, äh. Okay. Ja, gut Idee. Den geht man's bed. Wait, what? Spiel mal nachts um zwei. Dann, ach. core. Schnell. But, ich nehme codes. nicht so perfekt, dann machen wir sie auf toilette dann würde ich sagen sie darf noch mal hier sich resten nehmen hat sie das Ding kaputt gemacht? vielleicht hätte es hier nur die hände waschen sollen aber okay ja aber ich würde mal kurz an dieser stelle sagen wir machen mal kurz ein cut hier und dann sehen wir uns in zwei tagen wieder dementsprechend wünscht ihr euch noch einen wunderschönen morgenmittag oder abend je nachdem wann ihr das video angesehen habt und warum brennt hier überall das licht automatisch lichter alle lichter ausschalten alle lichter automatisch lichter alle lichter verstehe ich nicht ja gut also wie gesagt bis dahin auf wiedersehen bye bye und tschüss